Ein bisschen sieht es nach Ermüdung aus, was die Aktienmärkte aktuell da hinlegen, aber nicht immer, wenn man die Augen schließt, fährt man gleich in die Grube. So ist es an der Börse auch, also ein Rücksetzer an sich ist noch kein Drama, also macht euch bitte da noch nicht verrückt. Trotzdem sollte man im Petto haben, dass eventuell die nächsten vielen Stunden, naja, vielleicht nochmal mit Schwäche gezeichnet oder von Schwäche gezeichnet sind. Schauen wir uns das nochmal an, was der S&P gemacht hat, da sehen wir, er ging ja relativ hoch und das ist schon der schwächste von allen. Nicht was die prozentualen Anstiege angehen, da hat sich der S&P ein bisschen orientiert am Nasdaq, der war ja deutlich gestiegen seit diesen Tiefs hier. Der S&P auch mehr gestiegen prozentual, zumindest mal als der Dow Jones, aber ihr wisst, ich habe irgendwie mit dem charttechnischen Umfeld hier noch so meine Schwierigkeiten. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Marktteilnehmer nicht aus Liebe hier handeln oder Begeisterung, sondern eher aus, naja, vielleicht eher der Not heraus. Aber bevor wir gleich die Begeisterten in die CS angucken, bleiben wir erst nochmal beim S&P. Auch der geht erstmal nach oben und ich sage mal vorsichtig, solange wir nicht das Zwischenhof vom 22. März nochmal sehen. Das liegt ungefähr beim Future bei 4.074 oder sowas in der Richtung. Wie gesagt, es ist der Future-Kontrakt. Wenn ihr jetzt ein CFD anguckt oder wenn ihr irgendwie ein anderes Instrument dazu anschaut, dann kann dieser Wert natürlich ein bisschen abweichen. Deshalb merkt euch das Zwischenhoch vom 22. März. Das ist für mich nicht so unentscheidend, denn wenn er da durchgeht, dann hätten wir zumindest mal so eine erste Chance wieder für eine Überlappung. Wir erinnern uns, diese Kursüberschneidung, die wir hier hatten, das ist das, warum ich so unglücklich bin mit dem Aufwärtsarm, weil das eben nicht gut ist. Das heißt, solange er hier runterkommt, aber oberhalb dieser Marke bleibt, sage ich mir, naja, vielleicht war das hier eine Anfangsschwierigkeit. Manch einer kennt das Phänomen, das gibt so etwas, das heißt dann Leading Diagonal. Dann hat er hier seine Pause gemacht und jetzt hier irgendwie mit einer kleinen Korrektur nach oben. Und die Welt sieht gut aus, sie sieht absolut in Ordnung aus. Allerdings, wenn ihr die von mir genannte Marke durchstößt, dann hat man irgendwie, das hat einen Beigeschmack. Also, so richtig glücklich wäre ich dann nicht. Na gut, also wir haben sogar eine Trading-Situation daraus. Manch einer erahnt das schon, ich habe sie vorhin schon rausgeschickt. Also schaut euch das gerne im Trade des Tages oder bei Born4Trading an, je nachdem, wo ihr mit dabei seid. Dann habt ihr eine Idee, was wir für einen Trade beim S&P aktuell mit unseren Marken versehen dort spannend finden. Und lasst euch überraschen, es gibt da sogar gleich zwei Möglichkeiten. Wenn ich mir das im 5-Minuten-Chart angucke, hat man den Eindruck, die letzte starke Bewegung war abwärts. Seitdem ging es eigentlich nur geeiere. Also auch das würde so vorläufig nochmal die Abwärtsseite durchaus spielen lassen. Also da bin ich noch gar nicht so negativ drauf. Also negativ der Abwärtsseite gegenüber, so muss ich es formulieren. Allerdings, auch das hier, wenn ich das jetzt hier nochmal so hinten dran füge, egal wo jetzt das hoch, ob es schon eins von diesen hier sein soll, dann wären auch diese Zielmarken, also das, was wir hier vorne hatten und dann die Zielmarken da hinten immer noch hier einigermaßen safe, dass wir oberhalb dieser Marken bleiben. Also nichts Schlimmes passiert. Aber die Idee ist, dass die Abwärtsseite vorläufig hier durchaus nochmal reagieren kann. Haltet das vielleicht mal so ein bisschen im Hinterkopf und dann sehen wir ja schon, was wir da aus dieser Situation noch machen können. Das ist aktuell für mich kein Short-Signal. Dafür ist mir diese Bewegung zu seitwärts. Das andere habe ich schon angesprochen eben. Das könnt ihr ja selber gucken. Gucken wir mal bei den Kollegen, wie es denn da aussieht. Auch der Nasdaq ist aktuell noch in der Abwärtsbewegung unterwegs. Allerdings sieht man schon, uh, der sieht aber ganz schön korrektiv aus. Also das ist die Bewegungsrichtung, die wir hier im 5-Minuten-Chart haben. Aber ihr seht Gegenbewegung hier mal so eine kleinere, hier wieder eine Gegenbewegung. Gut, das zählt vielleicht wegen Nachthandel hier als eine Bewegung irgendwie. Also so richtig die starke Motivation. Auch wenn einer jetzt vielleicht bemerkt, Mensch, aber es ist doch schon ordentlich gefallen. Ja, aber es ist eben nicht so richtig mit dem Druck ohne Gegenwehr. Es gibt Gegenwehr. Und solange wir noch Gegenwehr im Markt haben, besteht die Chance eben, dass der Kurs nochmal nach oben dreht. Beim Nasdaq tue ich mich ein bisschen schwer, denn diese Korrektur, die ich jetzt hier habe, die ist viel kleiner als diese. Das heißt, die jetzt hier überschneidungstechnisch auszuwerten, da würde ich mich schwer tun. Ja, also die darf durchaus hier nochmal drunter gehen. Das ist das Hoch bei, am 22. Nachmittags, bei ungefähr, nimmt es jetzt nicht Millimeter genau, was haben wir da, 13.080 in etwa. Also wenn er die nochmal nach unten durchstößt, fände ich das in dem Fall nicht so schlimm, denn diese Korrektur ist zumindest mal optisch deutlich kleiner als diese hier. Und deshalb habe ich die Vermutung, dass das noch nicht so dramatisch wäre. Hier tue ich mich im Moment schwer, da würde ich mich sehr zurückhalten, außer er macht mir jetzt heute Nachmittag irgendwie sowas. Dann ist das natürlich immer eine gute Trading-Idee, wenn man eine starke Seite hat, die eine erste Bewegung ist, eine zweite als Korrektur und dann die Fortsetzung. Sowas mag ich ja gerne, da erzähle ich euch nichts Neues. Damit quäle ich oder langweile ich euch ja schon ganz lange. Auf der anderen Seite, wenn ihr das Muster einmal erkannt habt, dann könnt ihr es immer wieder nutzen, auf welcher Zeitebene auch immer ihr es dann findet. Also das wäre etwas für mich, wo ich durchaus Spaß dran kriegen könnte, dass der Markt da entsprechend dann nach oben nochmal läuft. Im Moment sehe ich es noch nicht. Insofern ist das noch eine Nummer zu früh. Ja, und wie sieht es beim Dow Jones aus? Da ist es ebenfalls durchwachsen. Ihr seht, dass für mich im Übergeordneten diese entscheidende Marke, die ich eigentlich nicht mehr gerne unterschritten sehen möchte, die ist weit weg. 33.000 circa. Ebenfalls 22. März, mittags, nachmittags irgendwo das Zwischenhoch. Da möchte ich gerne, dass er oberhalb bleibt. Solange er das ist, ist alles safe. Trotz alledem, wenn ich mir das unter der Lupe angucke, sprich hier im 5-Minuten-Chart, dann würde ich auf den ersten Blick sagen, das ist eine scharfe Bewegungsrichtung. Manch einer zeichnet dann hier eine Art Trendkanal ein. Ja, er hat es ein bisschen überschossen, aber nichtsdestotrotz, das von hier bis da ist eine Aufwärtsbewegung. Allerdings, wenn er diese Marke durchstößt, dann ist die Aufwärtsbewegung spätestens dann obsolet. Wir können gleich nochmal nach einer besseren Variante gucken. Ich mache es mal etwas größer. Mit Zielerwartung, dass das nach unten nochmal passiert. Und deshalb mag ich diesen Einstieg nicht. Sonst könnte man sagen, Mensch, mach doch da schnell einen Trade da draus. Die Idee finde ich gut. Also ich kann den Trade mal eben machen exemplarisch. Also, dass ihr das mal seht, wie wir das dann aufbauen. Ich mache das mal in 15 Minuten, dann tue ich mich ein bisschen leichter mit dem Anzeichnen hier der Marken. Und ich zeige euch dann auch, warum ich mit diesem Trade nicht endglücklich bin. Also meine Erwartungshaltung ist, dass das da unten sich nochmal fortsetzt. Das ist erstmal gut. Dagegen spricht gar nichts. Also ich kann es nochmal so machen. Wir machen das gerne auch so. Erwartungshaltung, dass das runter geht. Der Trigger für diese Marke wäre das da. So weit, so gut. Das wäre der Shortpunkt. Ab diesem Tief, 5. April mittags, also heute Mittag ungefähr, das Tief, 33.500 ungefähr beim Future-Kurs. Wenn ihr das durchstößt mit Zielerwartung 33.000, was haben wir da? 300, sagen wir mal, circa knapp drunter. Das Ganze. So, die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht schlecht. Aber sie wird leider natürlich auch nicht 100% sein. Jetzt kommt der Nachteil. Wo liegt der Stop? Vereinfacht läge er, nee, nicht da oben drüber. Er läge hier auf der Marke. Beziehungsweise, viele von euch wissen das, ich lege ihn dann gerne auf der 78,6er Marke. Das heißt, vom höchsten Punkt zum Einstieg, der liegt ja dann da, 78,6er, dann liegt das hier. Und jetzt seht ihr, ich würde in diesem Fall, um da reinzukommen und mich da zu stoppen, circa 170, 175 Stopweite haben und ich würde auf der anderen Seite 200 Gewinnseite haben. Und der Unterschied, der ist mir persönlich normalerweise zu klein. Ich hätte hier schon gerne 1,5 zu 1 oder gerne auch 2 zu 1. Das liegt jetzt daran, dass der Punkt sehr hoch ist im Verhältnis zu dieser Länge, beziehungsweise zu diesem Entry-Punkt. Wäre das jetzt ein bisschen so aussehend, dann wäre der Entry-Punkt hier und ich hätte genau den gleichen Trade mit diesem Chance-Risiko-Verhältnis und ich wäre mega zufrieden und hätte Lust, den zu handeln. So, heißt das jetzt also kein Handel? Diesen Trade, den ich exakt so logisch sehr gut finde, allerdings von der Gewinnmarge nicht gut genug finde, den müsste ich also noch pimpen. So, was könnte man jetzt tun? Man könnte jetzt, das wäre jetzt mein Ding, zu gucken, ob ich heute Nachmittag hier eine schöne Abwärtsseite kriege, zwischendurch schon mal eine Pause. Dann wäre ja meine Mindesterwartung, dass wir den vorderen Teil nach der Pause, wenn er das bricht, nochmal durchstößt und mein Mindestziel läge hier. Aber dieses Mindestziel läge ja schon unter diesem Trigger. Das heißt, ich hätte schon zu diesem Zeitpunkt eine Idee, dass ich diese Trigger, wenn ich die aber Trigger, dass ich das erreiche. Das heißt, ich könnte dann schon bei dieser angenommenen Marke den Short machen, hätte dann nur noch diese Risikogröße und dazu diese Gewinnweite und schon bin ich wieder in einem ordentlichen Trade Management. Das heißt, die Idee bleibt die gleiche. Die Short-Seite, Schub, wackelige Gegenbewegung und den Trigger. Allerdings, ich möchte den Einstieg hier ein bisschen pimpen. Also das ist jetzt ein bisschen ein Lehrbeispiel, wie das aussieht. Das wäre jetzt was im 15-Minuten-Chart. Vielleicht im 5-Minuten-Chart zu gucken, kriegen wir hier eine Korrektur dreiwellig wie diese oder kann auch alternativ irgendwie mehrfach wackelnd sein, aber mit vielen Kursüberschneidungen wissen wir, das ist häufig ein Zeichen für falsche Richtung. Und das würde mir hier eben entsprechend die Möglichkeit für diesen Trade geben. Überlegt euch mal, ob ihr das mitverfolgen wollt. Ich will euch das nicht als diese Idee, macht euch alle reich, verkaufen, aber es ist zumindest mal ein Handelsansatz, den wir tun, den wir auch immer wieder vorstellen. Und deshalb, damit ihr ein bisschen eine Idee für heute Nachmittag habt und Spaß habt, könnt ihr da ein bisschen mitarbeiten. So, und damit lägen wir beim Ziel 33.300, lägen wir hier und damit immer noch stabil oberhalb der entscheidenden Marke. Das heißt, es wäre alles noch safe. Macht er das wirklich, wäre diese Marke noch nicht gebrochen. Und der bullische Markt hat immer noch eine Chance. Erst bei 33.000 fange ich an. Was soll das? Warum geht ihr so tief? Und wenn das dann sogar noch am Ende vielleicht so aussieht, dann habe ich arge Bedenken, dass wir auch noch mal tiefer gehen. Aber das sehen wir später. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Platz. So lange bleibt es übergeordnet durchaus noch auf der bullischen Seite. Untergeordnet allerdings durchaus hier auf der Short-Seite als ein Zwischenschort. Viele sagen immer, wie kann so Short gehen, wenn es übergeordnet Long ist? Das ist ein Zwischenschort. Ansonsten dürft ihr immer nur Long gehen, weil übergeordnet ist immer Long. Guckt es euch an, darf man gar nicht Shorten. Auf der anderen Seite gibt es zwischendurch Wochen, teilweise Monate, wo Short durchaus Spaß und auch Sinn macht. So, dann abschließend noch den DAX. Der DAX ist ja in seiner Zielmarke hier, hat er gedreht. Das war also so die Mindestvoraussetzung, die wir ihm da gegeben haben. Das hat er dann tatsächlich erreicht. Hier der DAX Future. Ich gehe wieder auf den DAX Index. Und jetzt besteht hier ernsthaft die Chance, dass wir dieses Feld hier unten ansteuern. Vorsichtig. Wir haben vorher auch hier eine Entscheidungsmarke. Merkt euch beim DAX Index, die 15.300. Das ist das Zwischenhoch. Ebenfalls 22. März. Solange er oberhalb bleibt, bin ich noch weiterhin guten Mutes, dass aufwärts nicht so schlecht ist. Denn nehmen wir mal an, er hat jetzt hier irgendwie sowas gemacht. Und dann macht er jetzt hier von mir aus wieder eine Pause. Alles safe. Werden wir immer noch fünfwellig auf dem Weg nach oben. Immer noch überlappungsfrei nach oben. Alles gute bullische Zeichen. Nächste Korrektur nochmal wieder long. Alles safe. Nur diese Korrektur sollte jetzt idealerweise nicht mit dieser hier überschneiden. Deshalb die 15.300er Marke als eine nicht ganz unwichtige Marke da zu sehen. Ansonsten, ihr seht das relativ scharf nach unten. Vielleicht so ein bisschen ähnlich, aber mit Zeitversatz das, was wir beim DAX, Entschuldigung, beim DAO besprochen haben. Also gut, der Future ein bisschen hibbeliger natürlich als der Index jetzt hier. Also wer den Index lieber im Blick hat, im etwas übergeordneten, falls wir sowas bekommen, immer noch keine Panik. Rücksetzer dieser Art lassen uns immer noch über der 15.300 hier sein. Also insofern wäre das noch kein Drama. So, jetzt hoffe ich, dass ihr damit Anregungen habt, auf eigene Faust euch mal auf den Markt zu stürzen. Ansonsten nochmal der Hinweis, meinen Trading Vorschlag mit den konkreten Marken beim S&P 500. Nicht mit dem Hinweis, mit dem könnt ihr nur gewinnen, aber mit dem Hinweis, der Erwartungswert ist positiv. Das heißt, wenn ihr mehrere dieser Trades umsetzt, ist die Chance, dass ihr nachher positiv rauskommt, sehr groß. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.